Herzlich Willkommen bei den Nachrichten, dem Nachrichtenformat, mit Format, mit Nachrichten, dem Wetterwilli, der Regie, diversen Praktikanten, dem ein oder anderen Experten und gelegentlich sogar mit mir. Zu den Schlagzeilen. Abfrage Aufgrund medizinischer Probleme musste Lena Meyer-Landrut bereits mehrere Konzerte kurzfristig absagen. Über die Ursache der Probleme ist uns nichts bekannt, ebenso ist offen, ob die 17 verkauften Tickets erstattet wurden. Eine gute Besserung von hier aus. Kräutentaumel Endlich sind fest mit der Flasche verbundene Deckelpflicht. Experten sind begeistert von der schnell sichtbaren Wirkung dieser Regelung. Bereits während der Übergangsphase ging der rasante Temperaturanstieg leicht zurück. Wenn jetzt noch Korken und Kronkorken fest mit der Flasche verbunden sein müssen, haben wir bald wieder Schnee im August, wie es sich gehört. Das siehste. Nicht jede EU-Regelung ist doof. Suchbild Die Polizei Essen bittet um Mithilfe. Gesucht wird dieser sympathische junge Mann, der die Demokratie verteidigt hat, indem er auf am Boden liegende Polizisten, die versucht hatten, Teilnehmer eines Parteitags vor Angriffen zu schützen, einschlug und ihnen gegen den Kopf trat. Ja toll, die Guten sind doch immer wieder vorbildlich in ihrem Demokratieverständnis und ihren Methoden. Bauernregel Das Bundesministerium für Pflug und Eckel gibt die offizielle Bauernregel für den Monat Juli bekannt. Die Katze friert und auch die Maus, der Höllensommer fällt wohl aus. Tierisches Wohngefühl Die Tagesschau erklärt, wieso Katzen so gerne an Möbel kratzen und was man dagegen tun kann. Katzenpersonal wird geraten, Kinder aus dem Haus zu entfernen und der Katze einen individuell zugeschnittenen Stundenplan zu erstellen, wann wie lange mit ihr gespielt wird. Unsere Expertenkatze Frau Stiernima hat sich zu diesen Vorschlägen bislang nicht geäußert, sie japst noch lachend nach Luft. Schnitzelsteuer Deutschlands weltbester Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir wünscht sich eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte. Mit dem so eingenommenen Geld könnten dann die Bauern, so seine Idee, ihre Stelle umbauen und die Tierhaltung verbessern. Natürlich nur, wenn der Staat ihnen das Geld dann auch gibt. Den durch die steigende Steuer weiter in die Höhe getriebenen Verbraucherpreisen sieht er entspannt entgegen, seiner Meinung nach merken die Verbraucher das kaum. Hat er recht, wenn etwas teurer wird, was man sich sowieso nicht leisten kann, merkt man überhaupt nicht, wenn es noch teurer wird. Unsicherheit Laut einer Umfrage fühlen sich 40% der Bevölkerung im öffentlichen Raum nicht mehr sicher. Am weitesten verbreitet ist die Befürchtung bestohlen zu werden, gefolgt von der Befürchtung beleidigt zu werden, die Angst vor Körperverletzungen kommt an dritter Stelle, gleichauf mit der Befürchtung Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden. Sicherheitsexperte Jens Gibulde rät diesen ängstlichen 40% es einfach so zu machen, wie die restlichen 60%, nämlich entweder in reiche Viertel zu ziehen oder den öffentlichen Raum zu meiden und zu Hause zu bleiben. Hitlerbad Das Redaktionsnetzwerk Deutschland deckt auf. Gäste erkennen sich untereinander nicht mehr am braunen Hemd, den Springerstiefeln oder der Bomberjacke, sondern am Müllermilchbad. Und diese Meldung bleibt zu kurz, ich schaffe es nämlich nicht, einen zweiten Satz dazu zu schreiben, ohne in Gelächter auszubrechen. Die verstehen sich übrigens nicht als Satireplattform. Neidbürger Die weltbeste Außenministerin, die Deutschland aktuell hat, muss wieder völlig unberechtigte Kritik über sich ergehen lassen. Kritiker werfen ihr Doppelmoral und Abgehobenheit vor, nur weil sie nach dem Besuch des Fußballspiels Deutschland gegen die Schweiz von Frankfurt aus mit einem Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr die 180 Kilometer nach Luxemburg flog und dafür eine Ausnahmegenehmigung bekam, um trotz Nachtflugverbot für die sehr kurze Strecke abzuheben. Die bestimmt in weiten Teilen männlichen und rechtspopulistischen Kritiker werfen ja jetzt vor, dass gerade so ein Kurzstreckenflug eine sehr schlechte Klimabilanz hat und der Besuch eines Fußballspiels ein Privatvergnügen ist, auf das man eben verzichten muss, wenn man es nicht schafft, auf normalem Weg danach pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ja, solche Deppen! Wenn es nicht dienstlich wäre, dass Minister zu den Fußballspielen gehen, würden sie ja wohl kaum die ganzen Freikarten bekommen, oder? Ja, also! Anreizend Die beste Ampelregierung der Welt hat erneut eine großartige Idee. Um zugewanderten Fachkräften den Einstieg in den Arbeitsmarkt schmackhafter zu gestalten und weitere Fachkräfte zur Einreise zu animieren, sollen sie in den ersten Jahren weniger Steuern zahlen. Der Plan sieht vor, dass für neu zugewanderte Fachkräfte im ersten Jahr 30% ihres Bruttolohns steuerfrei sind, im zweiten Jahr 20%, im dritten Jahr 10% und im vierten Jahr wandern sie wieder ab, weil sie dann voll besteuert werden und merken, wie wenig einem dann übrig bleibt. Schon länger hier lebende Fachkräfte sind begeistert von dem Plan. Wer arbeitet nicht gerne neben einem Kollegen, der bei gleicher Arbeit aufgrund seiner Herkunft am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche hat als man selbst. Rekord Neuer Rekord im besten Deutschland aller Zeiten Noch nie waren so viele Rentner auf Sozialhilfe angewiesen wie heute. Über 700.000 Rentner beziehen eine so geringe Rente, dass sie zusätzlich Sozialhilfe beziehen müssen, um zu überleben. Während Kritiker von einem Armutszeugnis für die Regierung sprechen, stellt Rentenexperte Jens Gibulde von der Initiative Soil & Green für alle klar. Wer in einem Land mit hohen Preisen und niedrigem Rentenniveau bei hohem Renteneinstiegsalter lebt, ist lästig selbst schuld, wenn er im Alter Pfandflaschen sammeln muss. Arme Rentner hätten sich eben frühzeitig darum kümmern sollen, auszuwandern oder Abgeordneter zu werden. Dann hätten sie kein Problem, über den Monat zu kommen. Richtig Auch mal selbst aktiv werden. Nicht immer nur arbeiten und warten, bis einem das Geld in den Schoß fällt. Goldwaage Erneut gibt es Hass und Hetze gegen Nationalspieler Rüdiger. Kritiker werfen ihm vor, die von ihm verwendete Aussage, Zitat Der ARD-Faktenfinder stellt jedoch klar, dass das absoluter Quatsch ist, da es sich um eine im Fußball bekannte Formulierung handelt. Man hört sie zwar sonst nie, aber sie ist bekannt und damit völlig harmlos. Von Spielermaterial zu sprechen ist natürlich weiterhin menschenfeindlich. Und damit zu den Promi-News Drauf geschissen Ein Unbekannter hat nach einem Sommerfest in Gwyneth Paltrow's Ferienhaus das Gästebett ähm, also er hat in das Gästebett er hat es nicht bis aufs Klo geschafft. Die Daily Mail will nun als Missetäter einen New Yorker Modejournalisten ausgemacht haben, der angeblich aufgrund der Einnahme von Osempig von schwerem Durchfall überrascht wurde. Insider widersprechen dieser Version und so genau will ich das eigentlich überhaupt nicht wissen. Wieso ballern diese Spinner sich eigentlich dauernd Osempig rein? Das Zeug ist für Diabetiker gedacht. Wenn ihr abnehmen wollt, dann bewegt euch mehr und fresst weniger. Aber hört gefälligst auf, Versorgungsengpässe zu verursachen, Diabetiker brauchen das Zeug wirklich. Und damit zum Gesetz der Woche. In Milford, Massachusetts, ist es verboten, durch ein Fenster in ein Auto zu sehen. Raussehen ist zum Glück erlaubt. Zu den Auslandsmeldungen Frankreich Wie die Seebrücke empört berichtet, wurden über 150 Menschen von französischen Behörden auf ihrer Flucht über den Ärmelkanal abgefangen und zurück nach Frankreich gebracht. Wovor diese 150 Leute in Frankreich geflohen sind, behält die Seebrücke für sich. Vielleicht ist ihnen auch kein Grund eingefallen, der nicht komplett bescheuert ist. Also echt mal, wovor soll man in Frankreich fliehen? Vor anderen Flüchtlingen, oder was? Malediven Die maledibische Staatsministerin für Umwelt, Klimawandel und Energie wurde verhaftet, da sie schwarze Magie gegen den Präsidenten des Landes gewirkt haben soll. Und auch sonst haben sie dort alle Nadeln an der Tanne und sind geistig topfit. Warmbärland Ein britisches Forscher-Duo hat mehr als 350 Lieder aus den Jahren 1950 bis 2022 ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass Popmusik immer schlechter wird. Das scheint auch auf die Wissenschaft zuzutreffen, denn um das zu merken, brauchte man bis vor ein paar Tagen noch kein Forscher-Duo. Da reichte es, wenn ein halbwegs musikalischer Mensch mit Gedächtnis mal eine halbe Stunde vor dem Radio verbracht hat. Und damit zu den Verkehrsmeldungen Achtung Falschfahrer Auf der Heinkelstraße kommt Ihnen ein U-Boot entgegen. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig, das Ding könnte noch Torpedos dabei haben. Ein U-Boot auf der Straße, also viel falscher kann man nicht fahren. Zum Sport Eilmeldung Dunja Hayali moderiert im pinken DFB-Trikot. Ich trage übrigens gerade Socken. Balltreten Vor dem Spiel gegen die Türkei fielen österreichische Fans auf, indem sie den verbotenen Text döpten. Nach dem Spiel zeigten sie auch direkt, wie das, was sie vor dem Spiel gedöpt hatten, aussieht, denn sie und ihre Mannschaft flogen raus und sind jetzt sicher wieder zu Hause. Das war's von den Meldungen, kommen wir nun zum Wetter. Danke, Pulli. Das war ja wieder eine brutale Höllensommerwoche. Unter den Pfützen war die reinste Sahara-Dürre und wenn man die Temperaturen der gesamten Woche zusammenzählt, kommt man locker auf tödliche 40 Grad Celsius. Im Supermarkt verkaufen die schon pelzgefütterte Badehosen, Ich fahr gleich in die Arktis, da ist es wärmer. Und trockener, der Dauerregen macht einen Jahr irre. Und damit zurück zum Pulli. Danke, Willi. Schalten Sie auf nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ach du Schande, schon wieder die Nachrichten. Ich kriege das jetzt noch.